Das August-Horch-Museum in Zwickau hat durch die Erweiterung in den vergangenen Jahren viele Möglichkeiten, wechselnde Sonderausstellungen zu präsentieren. Vom 3. Mai bis zum 3. November gibt es nun etwas wirklich Besonderes zu sehen. Together, die Marken des VW-Konzerns, eine sozusagen Wanderausstellung, die bisher in Ingolstadt zu sehen war und die manchen zum Staunen bringt. Oder hätten Sie auf Anhieb vermutet, dass MAN zum VW-Konzern gehört? Seit 2011 hält Volkswagen die Aktienmehrheit bei dem LKW-Hersteller. Die Ausstellung zeigt aber noch ganz andere Besonderheiten. Sie werden in der Ausstellung 13 Fahrzeuge, also Autos muss man dazu sagen, weil ein Motorrad ist auch ein Fahrzeug, also 14 Fahrzeuge, davon 13 Autos. Ein Motorrad, das Motorrad kommt von Ducati, steht ein bisschen versteckt hier hinten. Und wenn Sie sich das anschauen, Sie haben wirklich vom Kleinstfahrzeug über AK-Schlepper einen VW-Bus da. Den VW-Bus müssen Sie sich auch mal ein bisschen genauer anschauen. Der hat nämlich erstens Rechtslenkung, damit die Türe auf der linken Seite. Er ist aus Südafrika, ist ein ganz besonderes Auto, sieht man bei uns so in dieser Darstellung nicht. Er hat einen Fünfzylinder-Motor, der mal von Audi gekommen ist, größere Scheiben zum Beispiel, also im Detail weiterentwickelt und bis 2003 produziert worden. Natürlich gibt es auch von den Marken, die jeder von Volkswagen kennt, mehr oder weniger Besonderes. Wie den spartanischen Kleinwagen Seat Marbella, den Urquattro Audi, der eine sportliche Erfolgsgeschichte begründete. Oder den Skoda 860 Capriolet, der ohne weiteres in die Reihe der alten Horch- und Audi-Limousinen aus Zwickau passen würde. Ein Highlight für Oldtimer-Fans ist auch der Bugatti S15, der aus der Anfangszeit des italienischen Automobilbaus datiert. Und auch ein Beutler-Capriolet auf Käferbasis zieht die Blicke auf sich. Die Ausstellung zeigt anschaulich, wie sich der Volkswagen-Konzern über die Jahre hinweg zum Allrounder im Automobilbau entwickelt hat. Eine Seite, die mancher vielleicht noch gar nicht kennt. Vom 3. Mai bis zum 3. November, dienstags bis sonntags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr ist die Ausstellung geöffnet.